Wir kommen hier zu einer neuen Aufnahme. Ich spiele jetzt mit... Let's Playbar! Passe dieses Echo! Wir spielen jetzt... Mit Let's Playbar? Die Adventure Map, ah ja, mit Let's Playbar. Und äh... Oh, ich hab grad das Echo gehört. Und äh... Was? Das Rundpilz war die natürlich. Ja. Also wir probieren jetzt dieses Champion an, was wir nie geschaffen werden. Ja, irgendwie sind wir zu blöd dafür. Ich hab ne Idee, ich mach das Grüne. Ja, gute Idee, ich hab auch keine Lust mehr. Oh Mann, oh Mann. Murke versucht im Namen zu schwimmen. Äh, wird das dann nachher gespeichert? Ich meine, wenn wir jetzt was anderes machen... Äh, können wir doch jetzt, wenn ihr keine Lust mehr habt, könnt wir so... Jeder macht einen! Genau. Ey, Mann, jetzt bin ich so weit gekommen. Ja, also ich geh dann jetzt ins Graue. Ins Basic. Ich geh, bleib hier im Grün. Okay. Ich bin dann mal für die Anfänger. Ihr seid... Ihr nehmt die Leichen, ich muss das Schwerer nehmen. Ich bin Basic. Alter, was ist das denn hier? Oh, das ist voll einfach. Ja, ist ja auch leicht, ne? Basic. Alter, wollte ich mich verarschen, so minimal. Ja, es gibt Checkpoints. Weiß. Bei Basic mehr als hier, bei mir. Oh, so weit war ich eben schon mal. Und dann... Alter. Ja. Beim ersten Mal komm ich total weit und dann... Boah. Nächstes Mal kommt ne Kamera mit. Aber eine versteckte, damit du es nicht merkst. Mannnn. Ah. Ist das wies. Wir machen da einfach mal Tackle drauf auf dem Server und dann schicken wir eine Drohne hinterher. Oder sowas eben. Genau. Oh mann. Das Telefon klingelt. Egal. Ja toll, und das ist ne Aufnahme. Ja egal, ich lass klingeln. Und nun mal so, wir hören das jetzt. Ja. Machen wir uns Karten, machen wir uns Karten. Es geht gleich eh aus. Nein, nein, wir machen keinen Karten. Dimcent? Ist das euer Ernst? Was? Dimcent? Nein, das ist... Wenn das was für mich wäre, würde er mich eh mein Handy anrufen. Also... Es ist eh wahrscheinlich nur... Warum habt ihr die Simpsons Melodie? Ne, das ist... Die haben wir schon Ewigkeiten. Das ist nicht die Simpsons Melodie. Äh, Simpsons geht... Äh, die Melodie ist unter... Die darfst du nicht sagen. In der Aufnahme. Die ist unter... Gamer. Oh, wie weit ich bin. Wie, ich dachte, die würden nur die nicht sehen? Ja, nicht in der Aufnahme. Boah, ist ja schlimm. Ich weiß nicht, ob die Gamerfrei ist, deswegen... Die von Telefonn muss Gamerfrei sein, also... Was hab ich verpasst? Nicht wirklich was. So dass es aufgehört hat zu klingeln. Und ich hätt's beinahe geschafft bis zum ersten Checkpoint. Alter, was ist denn das? Haft nicht zum zweiten Checkpoint. Wollen wir mal tauschen die Mel? Weißt du, die abzahlen? Nein, ich hab basic. Ich muss ran. Ich wette, das war deine Mutter auch eben. Ja, was wird denn das jetzt? Ausstellung der Klingeltöne. Ich bin kurz raus, ich bin jetzt. Ah! Ja, hallo? Ja, machen wir das so. Na, oben? Ah, das ist was. Was ist los? Jetzt dürfst du auch so schalten. Ich hab grad den Ton ausgemacht. Von was? Von meinem Freund. Der ist grad abgehört und hat den Kopfhörer ausgezogen. Außer dem weiß ich. Nein! Immer wenn ich nicht sprinte. Aber ich hab keine... Ich verwende immer nur zwei Tasten gleichzeitig. Ich hab nicht meine Schleppmann Tastatur dran. Ich hab die... Ich hab ne normale... äh, Computer. Ich hab ne Silikontastatur, wenn ich Schleppmann mache. Mein Freund muss gehen, glaub ich. Ich muss nur kurz mehr raus. Er muss kurz gehen. Er ist gleich denn da. Also circa halb Stunden. Oh, ich mach jetzt was anderes. Komm mal zu mir. Also das Graue ist gleich fertig. Ja. Komm aber irgendwie grad dich an den Knopf ran. Hehehe. Ah, jetzt. Witzig, mein... Einfach nur... Hast du's geschafft? Ja, der Knopf ist schon gedrückt, ja. Ähm, probier mal meint. Ich probier mal das von meinem Freund. Scheiße. Scheiße. Oh. Oh, ich bin... Äh, bei dir sind grad etwas viele Hintergrundgeräusche. Dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so gleich. Mein Freund war das eben gerade. Wie gesagt, mein Rote nimmt alles auf. Oh. Oh, ist das fies hier, das Grüne. Also. Warum steht überhaupt bei jedem deiner Videos Copyright by Let's Labor? Naja, das ist... Damit niemand sagen kann, er hätte Copyright daran und ich rechtlich verfolgern kann. Deswegen. Aber ist es doch irgendwie sinnlos? Ja, ist es eigentlich auch. Aber dadurch kann's... Bin ich halt vor sämtlichen Einsprüchen geschützt. Da ich das Video gedreht hab. Da kann YouTube mir gar nichts. Er hat das Video gedreht mit seiner... In-Game-Kamera. Ne, wir haben einen Computer. Das stimmt ja. Oh, man schafft es nur, wenn man sprintet. Und da muss man durchgehend sprinten hier grün. Wenn man grün nicht durchgehend sprintet, hat man keine Chance. Das heißt Sprint oder Pussy. Hier. Das heißt Sprint oder Pussy hier. Oh, man kann doch nicht einfach anhalten. Was ich auch gemerkt hab. Kann ich einfach mal anhalten. Doch, mit Shift. Aber dann schafft es nicht. Du musst hier Sprint oder Pussy. Heißt das hier. Pussy? Hä? Kennst du den Satz nicht? Sprint oder Pussy? Von TNT One. Und Shopping Ones. Muss man sprinten einen Durchgang machen oder man ist ne Pussy. Oh, ich hab's geschafft auch noch, obwohl meine Maus grad gezuckt hat zur Seite. Und dann bin ich runtergefallen dadurch. Und dann bin ich runtergefallen dadurch. Weil ich dachte ich wäre es nicht geschafft. Sollen wir nochmal einen Cut machen? Wieso? Aber das Video wird ja langsam zu lang oder? Ja. Das dürfte gerade noch gehen eigentlich. Wir können gleich einen Cut machen. Okay, jetzt noch einmal und danach machen wir einen Cut. Ey. So jetzt. Jetzt machen wir einen Cut. Jetzt machen wir einen Cut. Schau. Bis demnächst Mal. Ihr seht ihr habt's noch nicht geschafft. Nein 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 nein. Komm erstmal hierher. Genau. Also ja, wir sagen tschüss. Sein Freund sagt auch tschüss. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.